Servus beinand! Liebe Grüße von Traunsee! Bevor wir jetzt nachher fahren, sind wir noch kurz in Salzburg vorbei und ich habe mein neues Raceboard gekriegt, damit das noch mal was Gescheites wird mit dem Buhandertfall. Weil ich möchte schließlich mein Challenge auch gescheit machen. Jetzt packen wir es einmal aus. Jetzt schauen wir mal! Bande! 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 Das schaut schon mal richtig gut aus, he? Ich bin echt gespannt, wie er das dann noch davor ist. Gehen wir gleich weiter mit dem Nächsten. Einmal das Schutzhöhlen-Set. Zwei verpackte Blasen. Ein Masken. Und da haben wir eine Bestand. Die Schrauben. Und die Taschen ist auch dabei. Alles beinand. Hat da schon mal super aus. Jetzt müssen wir noch mal zusammenbauen. Jetzt bitte mal Hole in die Pelas. Also werden wir noch mal sehen. Das ist auch die Kanade, die Bandsche. Und das ist auch die Zander. W esperar an den Nacht. Da kann es ganz sicher sein, dass es nicht ganz gut geht. Das ist auch die Zeit. Wir sehen uns beim Fans. Jangan lytzen. Drei. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017